ja moin leute euer wenix wieder am start und ja es ist mittwoch normalerweise sollte heute euer normaler battlegrounds upload kommen aber stattdessen habe ich mir überlegt weil viele leute schon gefragt haben und haben gesagt ja hier dieses livestream etc und das machen wir heute daher link zu unserem twitch channel in der video beschreibung heute abend 19 bis ich sag mal 21 uhr mindestens wir schauen mal wie lange wir machen und dann einfach ein bisschen hast von battlegrounds mit euch ich werde ein paar runden so spielen auf der ladder ein bisschen mit euch darüber quatschen und wir gucken mal hinten raus vielleicht noch ein paar runden zusammen also wenn ihr bock habt schaltet heute abend gerne ein twitch tv oder bio to bros gaming oder link wie gesagt unten und wenn ihr allgemein bock habt auf mehr live streams außer den normalen youtube uploads dann zeigt mir das gerne mal mit dem down nach oben oder kommentiert unten an welchen tagen würdet ihr am liebsten live streams sehen und ja dann versuche ich mich daran ein bisschen zu orientieren und euch auch mehr live content zu bringen weil mein fokus natürlich ein bisschen mehr auf dem cut content auf youtube aktuell ist der kommt auch gut bei euch an aber ich denke mal ein bisschen live mit euch zu quatschen macht auch spaß und deswegen freue ich mich auf euch bis später leute ich wünsche euch eine geile zeit und ich bin raus das glüsch seife für euch bleibt 'm e k t t ンフ�